Philip Glenn Van Dyke ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher. Van Dyke wuchs in Marine County, Kalifornien auf. Seine Schauspielkarriere startete er mit einem Werbespot für eine Fastfood-Kette. Danach hatte er in vielen bekannten Serien Gastauftritte und wurde insgesamt viermal für einen Young Artist Award nominiert sowie für zwei Young Star Awards. Seine bekannteste Rolle als Synchronsprecher ist die in der Serie High Arnold, wo er für 88 Episoden die Hauptfigur Arnold sprach. Van Dyke spielte außerdem in Halloween Town und dessen Fortsetzung mit sowie die Hauptrolle der kurzlebigen Serie Was geht nur? Er ist der Cousin der Schauspielerin Christel Benn und der Bruder der Schauspielerin Sandy Van Dyke. Filmografie 1993 Family Album 1994 Sie kannte ihren Killer 1994 The Fantastic Four 1995 Ich töte den Mörder meiner Frau 1995 The Home Court 1997 20.000 Meilen unter dem Meer 1997 Herzjagd durch die Rocky Mountains 1997 Invisible Mom 1998 1998 Timmy und das Geheimnis von N.I.M.H. Synchronstimme 1998 Halloween Town Meine Oma ist ne Hexe 1998 Hotel del Sol 1998 Safety Patrol Mit Sicherheit ins Chaos 1998 Tom Sawyer 1999 Barthog der großartige Synchronstimme 1999 The First Gentleman 2000 Was geht nur? 2000 The Innocence Mission 2001 Halloween Town 2 2002 No Prom for Cindy Gastauftritte 1994 1995 Still Eine starke Familie Folgen 3,14 und 4,20 1994 1994 Die Abenteuer des Briscoe County J.R. Folge 1,21 1994 Pickett Fences der Tortgartenzaun Folge 2,21 1995 Baywash Die Rettungsschwimmer von Mollebu Folge 5,17 1996 Sliders Das Tor in eine fremde Dimension Folge 3,04 1996 Dr. Quinn Ärztin aus Leidenschaft Folge 5,11 1998 Batman und Robin Folge 2,06 2003 Boston Public Folgen 3,09 3,11 und 3,20 2003 Gilmore Girls Folge 3,13 2003 Without a trace Spurlos verschwunden Folge 1,16 2003 New York Cops NYPD Blue Folge 11,01